Bueno, Casa Roble kennen wir. Da ist unser neues Bing-Pong, ein neues Haus, also Dach. Da entsteht der Mini-Golfpark und wieder, wenn alle Brünnlein fließen. Morgen, Fifi. Wie geht's im Quellgebiet? Bei Fifi drinnen hat's auch eine gewaltige Quelle, aber da möchte ich jetzt nicht hingehen. Dann entschlüpft mir das Viech und wir erwarten heute einen Haufen Leute. Es ist immerhin der 1. Januar. Mal sehen, ob da noch jemand zu Hause ist. Ja, da schaut. Ja komm, seid nicht so feige. Hallo. Auch da rennt es. Und an unserer alten Quelle natürlich. Das wäre ja ein Wunder, wenn nicht. Hier habe ich vorgestern aus unserem Pool ein Jacuzzi gemacht. Geht ganz prima. Okay, ich denke in 3 Stunden sollte das hier ordentlich voller Leute sein. Ah, da ist auch noch eine Neuerung. Die haben wir gestern gebaut. Allerdings nach einiger Vorbereitung. Gleich sind wir da. Beachvolley mal anders. Nämlich Wasservolley. Die 4. Ecke ist auch da. Es ist bloß heute Nacht durch den Regen so weit gestiegen, dass man fast nichts sieht. Okay, das war Teil 3. Bis später. Zuschaa. Ja. Vielen Dank.